Hi, hier ist wieder Chris und in diesem Tutorial zeige ich euch, wie ihr in OpenOffice Kalk einen Monatskalender erstellen könnt. Ich wurde letztens von einer jungen, netten Dame gefragt, ob ich nicht mal ein Tutorial erstellen kann. Also hier sozusagen das Videotutorial, also die entsprechende Antwort dazu. Der Kalender wird ungefähr zum Schluss so aussehen und ihr könnt die Datei natürlich wie immer so wie mit dem Jahreskalender von meiner Webseite runterladen. Der Link befindet sich unten in der Beschreibung. Aber denkt bitte daran, wenn ihr jetzt zum Beispiel das Video verlassen solltet, weil ihr nur den Download wollt, hinterlasst wenigstens ein Like, weil sonst die Chance, ja weiterempfohlen zu werden, ja relativ gering ist, weil YouTube bewertet natürlich Videos, die nicht lange angeschaut werden, sehr negativ. So ein Monatskalender lässt sich natürlich auf mehrere Arten erstellen und ich habe mich dazu entschlossen, ein paar Funktionen zu verwenden, wie Datum, Wochentag, Spalte, Zeile. Und ja ganz zum Schluss noch ein wenig die bedingte Formatierung. Ich fange jetzt einfach mal mit der Überschrift an und schreibe mal Monatskalender. Ihr könnt natürlich ganz andere Sachen noch reinschreiben. Und da drunter, ja was brauchen wir, ja für einen Monatskalender brauchen wir natürlich den Monat und das Jahr. Und ich schreibe jetzt hier einfach mal Monat, rechts daneben Jahr und da drunter halt die entsprechenden Einträge. Ich nehme jetzt hier einfach mal, ja das aktuelle Datum oder den aktuellen Monat, das ist bei mir jetzt hier 7 und dann 2017 für das Jahr. Ihr könnt später natürlich alles eintragen. Der Monatskalender wird sich natürlich dynamisch immer anpassen. Als nächstes werde ich jetzt hier mal mit den Wochentagen anfangen und zwar ja so ein Monatskalender hat ja dann meinetwegen ja die Spalte Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und so weiter. Und ich trage jetzt mal hier einfach Montag ein, Montag, drücke Enter, markiere mir hier diese Zelle und über den Anfasser kann ich das jetzt hier automatisch weiter ausfüllen lassen. Das ziehe ich einfach hier nach rechts und gehe hier bis Sonntag. Hier drunter kommt jetzt natürlich eine richtig fette Formel und ich werde euch die mal ganz kurz aufschlüsseln. Das hier ist die schöne Formel zu der ganzen Geschichte. Das heißt, diese Formel können wir hier wirklich in den ganzen Kalender rein kopieren. Und was brauchen wir eigentlich in der einzelnen Zelle? Wir brauchen natürlich erstmal das Datum, um sozusagen auch das Datum anzeigen lassen zu können. Aber jetzt können wir ja nicht einfach sagen, okay, wir brauchen das Datum ja vom 1.7.2017. Dann würde das ja nur hier stehen und wenn wir das Ganze kopieren, dann hätten wir ja überall das gleiche Ergebnis. Also müssen wir mehrere Sachen beachten. Wir brauchen das Datum und wir brauchen natürlich auch vom 1. des entsprechenden Datums auch den Wochentag. Und der Wochentag ist dabei sehr, sehr wichtig. Ihr seht, ich habe hier einmal die Formel Datum verwendet. Die beinhaltet auch die Funktion für den Wochentag. Und zwar müsst ihr euch vorstellen, über den Wochentag kann ich ermitteln, was hier in diesem Beispiel zum Beispiel der 1.7. für einen Wochentag ist. Und das ist ganz, ganz wichtig. Ich muss ja wissen, ab wo der Kalender hier im Prinzip mit dem 1. starten muss. Er kann ja nicht hier bei Montag jetzt mit dem 1.7. anfangen. Also muss ich wissen, was ist der 1.7. für einen Wochentag. Bei diesem Beispiel ist das der Samstag. Und zwar können wir das ganz einfach testen, indem ich einfach mal Folgendes eingebe. Und zwar ein gleicher Zeichen, dann Wochentag, Klammer auf. Und dann nehme ich mal die Funktion Datum, Klammer auf. Und Datum braucht, und das seht ihr nämlich auch gleich in den nachfolgenden Beispielen, Datum braucht die Jahreszahl. Und die Jahreszahl haben wir hier eingetragen. Das heißt, nach der geöffneten Klammer klicke ich mal ganz kurz hier rein, gebe ein Semikolon ein. Dann brauchen wir den Monat. Das ist dieser hier. Dann klicke ich hier drauf. A3 wird eingetragen, also die Koordinaten wieder. A3, dann noch ein Semikolon. Und jetzt gebe ich eine 1 ein für den ersten Tag des Monats. Das heißt, hier haben wir dynamisch jetzt die Sachen ausgelesen. Das heißt, wenn sich das ändert, ja, ändert sich das natürlich hier auch in der Formel. Aber die erste bleibt sozusagen immer gleich. Jetzt brauche ich noch eine schließende Klammer. Und wenn ich jetzt Enter drücke, dann bekommen wir erstmal eine 7 raus. Aber wichtig ist natürlich auch, wir müssen festlegen, welche Reihenfolge eingehalten werden. Soll beim Zählen der Wochentage. Es gibt da nämlich Unterschiede und zwar nach dem Wochentag. Oder besser gesagt, der letzte Parameter vom Wochentag, der wäre jetzt hier hinter. Das heißt, wir geben jetzt ein Semikolon noch ein und können festlegen, wie gerechnet werden soll. Wenn ich zum Beispiel möchte, dass der Montag eine 1 ist, der Dienstag eine 2, der Mittwoch eine 3 und so weiter. Dann muss ich jetzt hier nach dem Semikolon noch eine 2 eintragen. Es gibt noch andere Varianten, wo der Sonntag sozusagen dann die Nummer 1 sein soll, der Montag dann die 2 und so weiter. Aber wir wollen das so, dass halt Montag eine 1 bedeutet. Das macht jetzt diese Formel hier. Ich drücke Enter, zack und wir sehen, der 1.07.2017 ist ein Samstag. Nicht, weil das hier steht, sondern 6, also Montag 1, Dienstag 2 und so weiter. Das heißt, das ist ganz, ganz wichtig, um sozusagen hier in unserer Tabelle das mit den Datumswerten, also mit dem Datum entsprechend zu verschieben. Weil wie gesagt, sonst würde ja hier der 1.07.2017 stehen, wenn wir es einfach nur hier so reinkopieren und runterkopieren. Sondern wir müssen das so kopieren oder besser nicht kopieren, sondern so verschieben, dass der Samstag sozusagen dann der 1. ist. Ich lösche das nochmal ganz kurz. Zack, einfach entfernen drücken. Okay, zack, gelöscht. Und dann schauen wir uns nochmal ganz kurz die Formel an. Und zwar ein Gleichheitszeichen, dann Datum. Ihr habt ja jetzt gelernt, das 1. ist das Jahr. Und zwar habe ich hier einen absoluten Bezug auf die Zelle B3, deswegen die Dollarzeichen. Das heißt, B3, das ist die Jahreszahl. Wenn wir die Formel nämlich kopieren oder weiter hier rüberziehen mit dem kleinen Anfasser und so weiter, und die Formel wird kopiert, dann bleibt aber immer der Bezug bestehen. Das ist ein absoluter Bezug. Das heißt, das wird sich immer auf diese Zelle beziehen. Nach dem Jahr kommt natürlich der Monat. Das ist diese Zelle A3, auch ein absoluter Bezug. Und jetzt kommt die ganze Sache mit dem Verschieben, was ich gerade gesagt habe. Und zwar mit dem Wochentag. Hier oben habt ihr ja gerade gesehen, wie ich das gemacht habe. Gleich Wochentag, dann mit dem Datum, dann wieder der Bezug auf die einzelnen Zellen hier. Ja, Monat. Und dann der erste. Und dann wieder, weil das gehört ja alles zusammen, das ist einmal die Formel Wochentag mit dem integrierten Datum sozusagen. Das geht ja nur bis hier hin. Und der Wochentag, der hat die zwei Parameter, halt das Datum und die Bezugsort, dass der Montag sozusagen eine 1 ist. Damit das Ganze aber funktioniert, musste ich allerdings noch 2 abziehen. Das heißt, 2 minus diesen Wochentagseintrag hier. Und dadurch wird schon dafür gesorgt, dass der erste von diesem Monat auch wirklich ein Samstag wäre. Damit wir das Ganze hier später einfach nur nach rechts kopieren und nach unten kopieren können, habe ich jetzt hier zum Beispiel noch 2 weitere Funktionen hinzugefügt. Und zwar müsst ihr euch einfach vorstellen, Spalte und Zeile macht nichts anderes, als zurückzugeben, wo sich halt die entsprechende Spalte oder Zeile befindet. Das sind relative Bezüge, das heißt ohne Dollarzeichen. Das heißt, die passen sich automatisch der Zellposition dann an und wandern sozusagen eben weiter. Das heißt, wenn ich jetzt die Formel nach rechts verschiebe, dann kommt ja immer eine Spalte hinzu. Das heißt, es wird immer um einen Tag erhöht und noch weiter und noch weiter und noch weiter. Das Problem ist natürlich, ja wir wollen ja danach in die nächste Spalte, äh nicht Spalte, sondern in die nächste Zeile gehen. Also muss ich dieser Wert, wenn wir in die nächste Zeile gehen, um 7 erhöhen. Und deswegen habe ich hier zum Beispiel drinne mal 7. Ich sage, die Formel ist schon relativ tricky, aber wenn man sich das genau anschaut, dann versteht man das natürlich, wenn man einfach sagt, okay, ich habe jetzt eine Spalte, ziehe jetzt eine 1 ab, das heißt, das ist 0. Wenn ich jetzt hier bin, dann wird genau das eingetragen, was hier vorne steht. Wenn ich in der nächsten Spalte bin, dann kommt 1 hinzu, also plus 1. Also erhöht sich das Datum um 1, dann um 2, 3, 4, 5, 6 oder 7. Also hier natürlich nur bis 6, weil hier steht der Originalwert drin, also plus 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und dann sind wir halt beim Sonntag. Und in der nächsten Zeile soll sich das ja um 7 erhöht haben, also dann das Ganze sozusagen mal 7. Das heißt, ausgehend von dieser Zelle sind wir dann einfach 7 Tage weiter. Und wenn wir noch eine Zeile runtergehen, dann eben nochmal zusätzlich 7 weitere Tage. Um zu zeigen, dass das Ganze so funktioniert, kopiere ich mir jetzt einfach mal diese Formel. Wie gesagt, ihr könnt auch die Formel direkt von der Webseite runterladen oder runterkopieren. Also ich habe da einen Eintrag und dann braucht ihr das Ganze nicht abtippen. Also ihr könnt es zwar versuchen abzutippen, wenn ihr da Fehler habt, dann guckt einfach mal auf der Webseite nach. Kopiert euch das Ganze. Mit STRG-C kopiere ich mir das Ganze und klicke jetzt mal hier in diese Zelle, füge das jetzt hier ein. Entweder mit einem Doppelklick, einfach mit STRG-V oder rechte Maustaste hier das Ganze einfügen. Zack, ich drücke Enter. Ihr seht, das ist eine fette Formel, aber die funktioniert wunderbar. Enter gedrückt und ihr seht, der Montag ist ein, oder der 26.06.2017. Ich habe ja gesagt, das Ganze lässt sich jetzt einfach nach rechts kopieren. Ich mache das mal über den kleinen Anfasser, ziehe ich das Ganze hier rüber. Ihr könnt jetzt da selber mal im Kalender gucken. Ihr seht dann, der Samstag ist der 1.07. Und jetzt kann ich sogar diesen ganzen Bereich nehmen und den sogar nach unten kopieren. Über den kleinen Anfasser ziehe ich das Ganze runter. Wir brauchen genau sechs Zeilen, also 2, 3, 4, 5, 6. Zack, und ihr seht, 2.07., 3.07., 9.07., 10.07., das geht genau auf. Wir haben natürlich jetzt Einträge drin vom vorigen Monat und vom nachfolgenden Monat, aber das lösen wir jetzt einfach ganz easy, indem wir hier zum Beispiel eine bedingte Formatierung mit einfügen. Das heißt, ich werde das so machen, dass die Monate außerhalb des aktuellen Monats halt ein bisschen grau erscheinen, also ein bisschen heller sind, also dass sofort auffällt, was der aktuelle Monat ist. Das heißt, ich markiere mir hier einfach den gesamten Bereich, aber achtet darauf, ich habe das jetzt hier markiert und hier unten ist dieser schwarze Rahmen. Ganz, ganz wichtig, denn genau darauf reagiert jetzt die bedingte Formatierung. Würdet ihr das andersrum aufziehen, ich mache das mal, dann wäre der schwarze Rahmen nämlich hier oben und genau das ist jetzt entscheidend. Ich markiere das wie gesagt von hier oben nach hier unten, der Rahmen ist hier unten und dann gehe ich auf Format, bedingte Formatierung, zack, und sage einfach bei Bedingung 1 muss ein Häkchen sein und zwar nicht Zellwert, sondern Formel ist. Und dann kann ich jetzt hier meine Formel eingeben und hier schreibe ich einfach nur rein Monat, Monat, Klammer auf. Und zwar will ich ja wissen, ob dieser Monat, der hier drin ist, in dieser Zelle, die jetzt momentan aktiv ist, also nicht aktiv, ausgewählt sind ja alle, aber auf die bezieht sich das momentan. Anschließend, wenn wir OK klicken, wird das auf die einzelnen Zellen übertragen, aber abhängig von der Zellposition, je nachdem, ob man absolute oder relative Bezüge nimmt. Also G10 trage ich jetzt hier ein, G10, Klammer zu und dann größer, kleiner, größer, kleiner und zwar genau dieser Zelle. Das heißt A3, ganz ganz wichtig. Ich klicke jetzt zum Beispiel hier rein und bekomme einen absoluten Bezug. Das ist auch ganz, ganz wichtig, denn wenn automatisch jetzt alles eingetragen wird in allen Zellen, ist es wichtig, dass hier ein absoluter Bezug ist, weil sonst sich genau wie die Zellen aufgebaut sind, das entsprechend sonst verschieben würde. Also ihr habt gesehen, Monat in Klammern G10, also was dieser Zelle, die jetzt momentan umrandet ist, entspricht. Und dann größer, kleiner, dieser Zahl, die hier drin ist, sozusagen in Zelle A3. Und jetzt müssen wir natürlich noch ein Format festlegen, weil wenn ich jetzt OK klicke, bleibt ja alles so, wie es ist. Und ich möchte das so haben, dass die Zahlen hier zum Beispiel grau werden, die nicht zum Monat gehören. Das heißt, hier neue Vorlage geklickt, dann auf Schrift, aber hier haben wir nicht die Farbe, hier haben wir nur die Größe. Also ihr könnt ja natürlich noch sehr, sehr viel mehr eintragen, also Schrifteffekt natürlich. Und hier bei Schriftfarbe automatisch angewählt und hier etwas anderes ausgesucht. Und zwar nehme ich jetzt mal, ich nehme mal grau 2 zum Beispiel. Ich lasse hier die Maus wieder los, klicke auf OK und kann jetzt hier nochmal auf OK klicken. Und ihr seht, automatisch wurden die anderen Monate, also Monat davor und Monat danach eben in Grau dargestellt. Wenn ich jetzt den Monat zum Beispiel ändere und ich nehme jetzt mal einfach Januar 2017, eins gedrückt, drücke Enter, zack, ihr seht, automatisch passt sich das an. Jetzt ist der Sonntag zum Beispiel der erste und der Mittwoch der erste vom nachfolgenden Monat. Wir werden das Ganze jetzt noch ein bisschen anpassen. Das heißt, ich werde mal hier die ersten vier Zeilen mal markieren, hier über die Zeilennummerierung einfach markieren und auf F klicken hier, damit das fett wird. Dann der Monatskalender, also die Überschrift, die können wir ja viel, viel größer machen. Das heißt, ich wähle mir hier die Schriftgröße aus und nehme meinetwegen 15, dann Monat und Jahr können wir auch ein bisschen größer machen. Das heißt, ich markiere mir das beides hier. Und ihr könnt das jetzt zum Beispiel so machen, dass ihr sagt, OK, links bin ich, beides. Und meinetwegen ein klein wenig einrücken, das geht ja auch, dann sieht das ungefähr so aus. Dann wähle ich diese Zellen hier alle aus, einfach markieren von hier rum bis hier unten. Dann auch das Ganze zentrieren am besten. Und was jetzt zum Beispiel auch sehr, sehr wichtig ist, ist natürlich die Frage, wie ihr das haben wollt. Hier steht jetzt das komplette Datum drin. Wenn ihr zum Beispiel nur Datum und Monat haben wollt, markiert euch diesen ganzen Bereich hier. Dann mit der rechten Maustaste reinklicken, dann Zellen formatieren wählen. Und hier könnt ihr zum Beispiel euren eigenen Formatcode wählen. Und zwar, wenn ihr zum Beispiel nur den Tag haben wollt, weil Monat und Jahr steht ja hier oben, dann könnt ihr zum Beispiel zweimal ein T eintragen. Und ihr seht hier an der Vorschau, was dabei rauskommen würde. Hier ist ja der 26.12. noch, also vom Vormonat hier. Und ihr seht aber, hier würde der 26. jetzt drin stehen mit dem TT. Wollt ihr den Monat auch noch mit dabei haben, dann macht einfach einen Punkt zum Beispiel und schreibt zwei große M's rein. Und ihr seht ja, wie sich das auswirkt. Ein M würde bedeuten, dass der Januar nur mit einer 1 eingetragen wird und nicht mit einer 0,1. Das heißt ohne führende 0. Ich nehme zwei M's und ja, so würde das jetzt bei mir aussehen. Ich klicke auf OK, weil wie gesagt, das sind ja alle Zellen hier markiert. Das heißt, das überträgt sich jetzt auf alle Zellen, die markiert sind. Ich klicke auf OK und ihr seht, so sieht das momentan aus. Damit wir das Ganze ausdrucken können, gehe ich mal ganz kurz auf die Seitenansicht. Der Aufbau, der stimmt zwar so noch nicht. Wir werden das gleich noch ein bisschen vergrößern. Ich gehe mal hier kurz auf die Seitenansicht. Dann seht ihr, ich möchte zum Beispiel die Kopf- und Fußzeilen gar nicht haben. Ich will das Ganze im Querformat haben. Das heißt, ich gehe hier mal auf Seitenformat, bekomme hier so ein Dialogfeld. Gehe dann mal auf Seite und kann jetzt hier erstmal schon mal sagen, Querformat. Dann möchte ich die Ausrichtung so haben, dass alles zentriert ist. Das heißt, Tabellenausrichtung horizontal und vertikal sozusagen jetzt zentrieren. Dann gehe ich mal auf Kopfzeile, nehme die einfach raus, hier das Häkchen einfach wegnehmen. Das gleiche mache ich mit der Fußzeile, hier auch das Häkchen wegnehmen. Dann schauen wir uns das Ganze jetzt hier nochmal kurz an. So sieht das momentan aus. Und jetzt werden wir im Kalender, also in der Tabelle selbst, das Ganze mal ein bisschen vergrößern. Und das Coole ist, wenn wir zum Beispiel jetzt die Seitenansicht schließen und das Ganze jetzt hier so ein bisschen verkleinern, dann sehen wir nämlich hier an den schwarzen Linien, wo die Seiten sozusagen enden. Das heißt, ihr seht ja hier diesen kleinen oder diese etwas dickere Linie. Das ist vielleicht jetzt nicht ganz so leicht zu erkennen, aber auf eurem Monitor seht ihr das ja sicherlich. Und hier unten ist genau so eine Linie. Das heißt, ihr könnt das Ganze jetzt so vergrößern oder so verändern, dass das genau da reinpasst. Und dann haben wir genau die richtige Größe für unseren Kalender. So sieht das momentan aus. Ihr seht, die Ränder sind jetzt hier unten nach Zeile 37 bei mir oder eben bei K. Das heißt, wenn ich zum Beispiel jetzt hier nur das hier erstmal auswähle über die Zeilennummerierung und hier mit dem Anfasser, oder ich sage schon wieder Anfasser, hier zwischen die Zeilennummerierung gehe, hier seht ihr, der Mauszeiger ändert sich ein bisschen. Dann klicke ich hier rauf, ziehe das ein bisschen runter hier und vergrößere damit einfach den Bereich. Ich ziehe das noch weiter runter, da ist noch mehr Platz, zack. So, noch einmal, das müsste dann aber reichen. Und das Gleiche mache ich jetzt hier auch für die Spaltenbreite. Das heißt, ich markiere mir hier diese Spalten und auch hier kann ich das zwischen den Spaltenköpfen hier machen. Das heißt, ich klicke hier rein und ziehe das Ganze ein bisschen nach rechts. Und zwar so, dass wir ungefähr eben an dieser Linie sind. Ihr seht das ja. Wenn ich jetzt nochmal auf Seitenansicht gehe, obwohl wir können das jetzt auch nochmal ein bisschen zentrieren, das heißt, ich markiere mir hier diese ganzen Zeilen über die Zeilennummerierung und möchte jetzt, dass der Text zum Beispiel jetzt oben in der Zelle steht. Das heißt, mit der rechten Maustaste klicke ich da rein, gehe auf Zellen formatieren, gehe auf Ausrichtung und wähle bei Vertikal einfach oben aus. Zack, könnt ihr natürlich anders machen, aber was cool ist, wenn ihr das zum Beispiel macht und jetzt werden wir auch gleich noch die Rahmen hinzufügen, dann kann man natürlich innerhalb der Zellen noch etwas reinschreiben, Notizen oder was auch immer. Ihr könnt das natürlich auch mittig machen, wenn ihr das nicht braucht, aber ich mache das jetzt mal oben und klicke auf OK und dann seht ihr, ist der Text oben. So wollte ich das haben und jetzt werde ich nochmal den Bereich hier kurz markieren und zwar wirklich nur den Bereich, wo unsere Tabelle drin ist. Nochmal rechte Maustaste, dann Zellen formatieren und dann werden wir mal einen Rahmen, also eine Umrandung noch mit ein oder hinzufügen. Das heißt, ich klicke mal auf Umrandung. Hier haben wir sehr kleine Symbole, das heißt, hier kann ich zum Beispiel festlegen, ob ich jetzt alles verändern will oder nur bestimmte Bereiche. Ich möchte zum Beispiel, dass jetzt alles verändert wird, das heißt, ich klicke hier mal ganz kurz rauf. Ihr seht, wie sich das hier innen drin verändert. Ich möchte zum Beispiel 0,5 haben. Ich klicke hier rein und so werden jetzt sozusagen alle Zellen im Prinzip mit Rahmen versehen, mit 0,5 Punkte. Und wenn ich jetzt möchte, dass zum Beispiel nur die äußeren Bereiche verändert werden sollen, dann klicke ich hier rauf und kann das entsprechend ebenfalls so anpassen. Wir fangen jetzt aber trotzdem mal mit den Inneren an, also besser gesagt mit allen. Das heißt, ich klicke hier nochmal rauf. Ihr seht, das ist jetzt so eingetragen. Bei 0,5 steht das. Ich klicke auf OK. Jetzt haben wir alles mit Rahmen versehen. Aber was ich immer gerne habe, ist, dass der äußere Rahmen doch ein bisschen dicker ist. Also wieder rechte Maustaste, dann Zellen formatieren. Diesmal wähle ich mir dieses Symbol aus. Das zeichnet nämlich nur äußere Linien, ohne die inneren zu verändern oder zu beeinflussen. Das heißt, ich klicke hier rauf. Ihr seht, der Bereich innen wird dann sozusagen eingegraut. Das heißt, alles, was ich jetzt mache, bezieht sich nur auf die äußeren Linien. Und dann nehme ich jetzt mal 2,5. Schauen wir uns mal an, wie das aussieht. Gehe auf OK und dann seht ihr, haben wir einen schönen fetten Rahmen. Und wenn ihr den oberen Teil von dem unteren auch nochmal abgrenzen wollt, dann markiert das Ganze nochmal. Und geht zum Beispiel hier auf Bearbeiten und Wiederholen Attribute, Linien und so weiter. Das heißt, ich klicke hier rauf und dann seht ihr, wird der ganze Vorgang für diesen Bereich nochmal wiederholt. Ich gehe jetzt nochmal auf die Seitenansicht. Ich klicke hier mal rein und dann sehen wir, so sieht das momentan aus. Wir können das hier vielleicht doch in die Mitte setzen. Meinetwegen noch kleiner machen. Mit Escape gehe ich mal kurz raus hier. Markiere mir diese Zellen hier nochmal. Rechte Maustaste. Zellen formatieren. Und dann das Ganze über die Ausrichtung hier in die Mitte gesetzt. Zack. OK geklickt. Und ja klar, das kann man ja auch ein bisschen größer machen. Machen wir mal auf 14. Und die Hintergrundfarbe meinetwegen auch noch ein bisschen grau. Nehmen wir das hier. Vielleicht ein bisschen dunkel. Nehmen wir das hier. Aber das sind Sachen, die könnt ihr auf jeden Fall noch selbst individuell anpassen. Das war es eigentlich auch schon wieder. Ich hoffe, der eine oder andere konnte mit dem Tutorial was anfangen. Ich weiß, dass die Formel ein bisschen tricky ist und ich hoffe, dass das verständlich rübergekommen ist. Wenn nicht, fragt nochmal nach. Ich werde versuchen, das dann noch ein bisschen besser auf der Website oder auf meiner Website einzutragen. Verständlicher darzustellen. Aber wie gesagt, ich hoffe trotzdem, dass der eine oder andere damit klar gekommen ist. Ich freue mich wie immer über einen Daumen hoch. Und wenn ich euch bei weiteren Tutorials von mir dann wieder sehe. Alles klar. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss. 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 Tschüss.